Ich bin dazu gekommen, damals mit dem Anton aus Tirol, 1999 war das. Da war ich im Dirndl und ein Jahr später mit dem Anton aus Tirol auf Tour habe ich dann meine eigene CD gemacht. Die Antonia aus Tirol. Ja und seitdem bin ich jetzt 13 Jahre hauptberuflich auf der Bühne unterwegs. Mit ungefähr 300 Termin im Jahr. Also jetzt im Winter habe ich eine Wintertour mit 120 Auftritten. Da bin ich natürlich in die besten Skigebiete Österreichs, natürlich hier in Schlafwing, in Hintertuck sind wir in Sölden, in Mayerhofen, in Saalbach-Hinterklemm und am Wochenende sind wir dann immer in Deutschland unterwegs und im Sommer sind wir natürlich auch auf Mallorca, aber eigentlich auch dann zu 80% in Deutschland, Holland, der Schweiz, überall eigentlich. Die Musik ist sehr interessant, das muss ich definitiv hören. Ihr Outfit finde ich auch sehr interessant, vor allem weil Skigebiete Vorzüge sehr vorheben. Finde ich gut. Toll zum Feiern, oder? Zumindest zum Antonia zu sehen, mehr die Männer als wir. Aber ihr habt auch was zu bieten, oder? Na ihr könnt doch mal, auf jeden Fall. Skigebiete Vorzüge Das erste Mal in der Thäne? Ja. Und die Antonia, wie gefällt sie dir? Immer besser. Schlafen, schlafen wir Sieger und so groß, 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 Sieger gehen ab, wenn so hoch, 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 hoch.